Die Firma Dünzler gibt es seit 1950, also ein recht traditionsreiches Unternehmen. Meine Eltern haben es übernommen. Anfangs, als wir die Planung hier begonnen haben, dachten wir, wir machen bloß eine Rösterei. Allerdings ist das Thema Kaffee so schön, dass wir gesagt haben, es wäre schade drum. Wir wollen, dass das Ganze geöffnet wird für die Gäste, dass die Leute schauen können, was wir machen. Deswegen haben wir eine Kaffee-Erlebniswelt geschaffen. Am Irschenberg findet man unsere Kaffee-Rösterei, das ist natürlich das Herzstück. Eine Kaffeebar, ein großzügiges Restaurant, eine Kindergrippe und Produktionsstätten wie die Backstube und die Küche. Dann haben wir Seminarräume und unsere Verwaltung. Also wir haben mittlerweile knapp 180 Mitarbeiter bei Dünzler. Für uns steht als Familie und als Firma die Familie im Vordergrund. Speziell den Frauen machen wir es leichter. Gerade in der Gastronomie ist es einfach nicht üblich, dass man, ich sag mal, Büroarbeitszeiten hat. Wir haben eine betriebliche Kindergrippe, die hat von halb acht bis um 16 Uhr geöffnet. Und wenn bei uns zum Beispiel Servicekräfte anfangen oder auch Barkeeper, also sowohl Mann als auch Frau, Mutter oder Vater, dann passen wir deren Arbeitszeiten, denen der Kindergrippe an. Das heißt, es ist nur ein Katzensprung von der Mutter zum Kind, wenn mal was sein sollte oder auch wenn das Kind gestillt werden muss. Der Vorteil ist für uns, dass die Mütter schnell wieder einsteigen können und gleichzeitig für die Mutter, dass sie entspannt arbeiten kann. Wir sind in der Firma ein recht junges Team. Wir haben viele Pärchen hier auch und die arbeiten oft in unterschiedlichen Bereichen. Trotz, sag ich mal, der Diskrepanz schauen wir, dass die eben in der Woche mindestens einen Tag gemeinsam frei haben. Das, was wir unseren Mitarbeitern geben, das bekommen wir zurück. Wir haben ein überdurchschnittliches Engagement bei uns. Die vertreten die Interessen der Firma, die sind am Gast, einfach überragend, sind herzlich und das ist nicht gespielt, sondern die bringen diese Leidenschaft mit. Hier bei Dinsler machen wir es den Frauen einfach leichter, Arbeit und Familie zu verbinden, das Ganze harmonisch vor allem zu leben. Wir haben hier mehr Frauen als Männer beschäftigt und in den leitenden Positionen 13 weibliche Mitarbeiter und 13 männliche Mitarbeiter. Und das ist ein ausgewogenes, harmonisches Miteinander. diving zu naturally auch Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Max B